Moin Freunde und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Let's Community Commentary, WoW, BFA, Mütische, Schlüssel, Steine. Heute im Tempel von Cessralis Plus 12, also auf ganz entspannter Schlangenbasis, wird hier heute einmal durchgetrommelt und wenn ihr auch was einschicken wollt, dann findet ihr ein Infovideo gespickt mit allen nötigen Informationen oben, wie immer in der Videobeschreibung, verlinkt. Wir sehen das Ganze aus Sicht eines Zerstörungshexers und was ich schon mal großartig finde, sind ja diese Anzeigen, ich weiß nicht, ob das ein spezielles Hexer-Add-On oder einfach wieder eine Weak-Aura ist, aber hier diese Dot-Laufzeiten und dahinter auch direkt in nicht zu kleiner Schrift das Ziel dazugeschrieben, finde ich klasse, sowas bräuchte ich definitiv auch. Wenn ich mehr Dot-intensive Klassen oder allgemein Caster spielen würde, dann bräuchte ich auch irgendwas, was mir alles so anzeigt, dass ich jederzeit alle Dots und alle Ziele entsprechend im Blick habe. Wir haben den Kataklysmus zum Beispiel mitgeskillt, wenn ich das richtig sehe, jawollo, der sollte jetzt hier auch gleich mal in die ersten Ads krachen. Wir sind natürlich im Obelisken schon unterwegs, wir sind über plus 10, darum auch dieser saisonale 10er-Affix hier wieder am Start. Sie kümmern sich um die Augen, da fliegen die Chaos-Blitze, der Kataklysmus ist auch reingekracht, jawollo, das macht eben massiven AOE-Schaden und hinterlässt auf allen getroffenen Zielen diesen Feuerbrand dort, das ist eine wunderbare Geschichte. Jetzt müssen sie nur aufpassen, dass sie sich hier nicht komplett alles zusatschen. Der Tank hat den Blub ein bisschen weiter hinten gehalten, natürlich um auch zu verhindern, dass er den weiteren Weg jetzt mit diesen ganzen leeren Pools vollhaut, aber wir haben gesehen, wenn die DDs jetzt ein bisschen gepennt hätten, dann wäre das auch nach hinten raus ein bisschen knapper geworden, denn der Blub, der hält sich eben nicht zurück, ne, und der kackt kontinuierlich seine lustigen, schadensverursachenden Flächen überall dorthin, wo er eben hingezogen wird. Darum schnell um die Augen kümmern oder eben eine bessere Position beziehen, denn die Augen kommen ja hinterher und dann alles und gleichzeitig nichts irgendwie gemanagt bekommen, ne, sowohl den Blub langsam down bringen, als auch die Augen umfokusten nebenbei. Am besten kicken, c10 und was nicht alles. Ja, und ganz nebenbei greifen ja auch noch andere Afixe. Wir haben Tyranne, scheiß Bossgegner. Mehr Leben, mehr Schaden. Wir haben Anstacheln, wenn also Ads sterben, verstärken sie andere Ads in der Nähe. Deswegen sollte man schauen, dass man alles so ein bisschen gleichmäßig kontinuierlich down bekommt. Und wir haben Explosiv. Wenn wir Infight sind mit verschiedenen schönen Mobs, dann können solche Sprengstoff-Sphären spawnen. Die können wir nicht weg-AO-Ehen, die müssen wir im Single-Target tatsächlich anwählen und dann schnellstmöglich beseitigen. Sollten die nämlich durchcasten und unterbrechen kann man die auch nicht, dann gibt's einen fetten Gruppenschaden. Und das sollte wirklich vermieden werden. Das Geile ist dabei, wenn man so, ich sag mal, schnelle Meleys hat. Ja, einen Schurken, einen Demon Hunter, die dann mal kurz umswitchen, so ein Ding wegschotten. Wenn du eine Caster-intensive Gruppe hast, kann das ja räudig sein. Ja, dann musst du deine Feuerbrunst zum Beispiel opfern, der Spontanzauber, der Hexer, ja, wo auch die nächsten Zauber dann beschleunigt werden und so weiter und so fort. Also, ja, da kann man wirklich die Arschkarte ziehen und kann dann nicht wirklich seine Priolisse runterrattern oder sich eben auf die Mobs konzentrieren, sondern muss natürlich gucken, dass man die Affixe sauber spielt. Deswegen freue ich mich immer sehr, wenn Shireen mit ihrem DH dabei ist oder eben Rocktool mit seinem Schurken. Die fokussen einmal kurz die Sphäre weg mit irgendeinem finsteren Stoß, einem Dämon-Biss, ne, und fertig. Ist die Laube ganz nebenbei noch ein Kombo-Punkt oder Jezorn aufgebaut. Und allen ist da irgendwie geholfen, ne, schön wert. Es geht natürlich trotzdem allen mega auf die Eier. Wir sind beim ersten Boss und bei dem erinnere ich mich immer an eine Geschichte, Freunde. Ich denke nicht, dass unsere Gruppe hier Probleme hat, ne, hier und da mal so ein bisschen ausweichen. Jawohl, auch unser anderer Hexer kriegt das super hin. Wir werden die HCDs gezogen. Unser Log spielt auch mit den Visionen der Perfektion. Das habe ich in einem der letzten Hexer-Pvp-Kommentaries auch schon mal angeschnitten. Da habt ihr die Chance, eine Höllenbestie zu beschwören. Das ist an sich natürlich geil. Mächtiger Dämon macht ordentlich Schaden. Aber, wir sehen es oben an der Buff-Leiste, wenn man die entsprechenden Arzuri-Trades in Kopf, Schulter und oder Brust mitnimmt, dann erhöht das Beschwören einer Höllenbestie den Schaden der nächsten Chaos-Blitze. Und das eben dreimal mitzunehmen, entsprechend zu stacken, ist natürlich eine geile Geschichte. Und wenn ihr dann über Visionen der Perfektion als Essenz in eurem Hals die Chance habt, jederzeit solche Höllenbestien dazu zu beschwören, dann ist dieser Buff natürlich im Idealfall dauerhaft aktiv. Und verstärkte Chaos-Blitze, das ist etwas, worüber sich jeder Hexer freut. Dann noch hier Multi-Target, zwei Ziele, heißt, du kannst mit Verwüstung arbeiten, dass deine Zauber und somit auch der Chaos-Blitze noch zusätzlich Ziele treffen, dass er sich also so ein bisschen aufsplittet. Crazy Shit. Ja, also wenn das läuft, wenn das gut progt, ist geil. Wenn es nicht gut progt, dann ist es natürlich weniger geil. Aber dann kannst du wenigstens manuell noch deine Höllenbestie beschwören. Ganz wichtige Geschichte. Bei diesem Boss, seit wir hier das erste Mal Anfang BFA, unsere erste M+, auch nicht in einer kompletten Stammgruppe, da werden die Ops aber hier ignoriert auf die letzten Meter vorne. Oh, 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 oh. Oh, macht doch sowas nicht. Um Gottes Willen, das sag ich, Leute, da kann da eigentlich nichts schief gehen. Da und da zack, zerrab. Orb ignoriert, nächster Orb ignoriert hat, unser DK versucht noch so, während er auf den anderen Boss zugerannt ist, mal eben was wegzukliefen. mit einem Todesstoß oder was auch immer. Ihhh, also die müssen das trotzdem schaffen, ne? Und der Hexer, der hat ja auch noch einen Gesu, der da steht, oder einen Seelenstein oder wie auch immer. Da werden sie, denke ich, bewusst jetzt auf die BRs verzichten. Das scheinen sie ganz in Ruhe hier runterspielen zu können. Ist ja auch nur noch einer. Aber so schnell, ja, kann sich auch in einem bisher super sauber laufenden Bosskampf kann sie das eben ganz schnell umschlagen, ja, kann sich das Gesamtbild sofort verändern. Auch auf die letzten Meter, wenn sich diese Affixe, wie auch in den Visionen beispielsweise, da kennen wir das, ne? Ungünstig stapeln, ungünstig mit Bossmechaniken überschneiden. Dann kriegt einer vielleicht eine Mechanik, wo er gerade ausweichen muss, ne? Der hat sich sonst immer um die Kugeln gekümmert. Das sehen die anderen nicht, denken nicht mitdenken, nicht umglauben. Der macht das, dabei ist er am anderen Ende des Raumes, ne? Und zack, erster Orb, schon mal Panik, zweiter Orb, boom, alle tot, ja? Also das ist ja eine geisteskranke Geschichte, eine geisteskranke Überschneidung, die ja immer und jederzeit auftreten kann. Wir kennen es von den Visionen, ja? Gerade wenn wir mit Masken spielen, gerade wenn wir mehrere Affixe haben, und so eigene Verderbnis dazukommt. Also das ist natürlich eine räudige Geschichte. Aber sie haben es ja noch gemeistert bekommen. Kein Vibe, alles cool, zwei Tode, BRs gespart und weiter geht's. Was ich gerade als, naja, witzig traurige Anekdote zum Besten geben wollte, bezieht sich auch auf diesen ersten Boss. Da waren wir ganz am Anfang von BFA. Den ersten, lass mich lügen, zweier, dreier, vierer, fünfer Key, irgend sowas, ja? Hat einen Random dabei. Und eine wichtige Mechanik beim ersten Boss ist das Blitzschlagsschild. So, und nun könnt ihr ja mal das Gedankenexperiment wagen und mit mir zusammen überlegen, wenn einer dieser Bosse immer das Blitzschlagsschild auf sich aktiv hat und die wechseln das, sollte man dann auf den Boss gehen, gerade als Melee, der das Blitzschlagsschild aktiv hat, oder auf den, bei dem das nicht der Fall ist? Ja, und unser Schamane, den wir damals mit hatten, der war der Meinung, dass das ja egal ist und dass man auf jeden Fall auf den gehen sollte, der das Blitzschlagsschild hat. Warum, weiß ich nicht mehr. Ich weiß gar nicht mehr, ob er es begründet hat oder ob er, weiß ich nicht, es nicht begründet hat, ob ich alles verdrängt habe, weil es so bescheuert war, aber den ganzen Dungeon über hat er sich dann mit uns gestritten und es war eben der Implus, wir wollten die machen, weil unser Key, wir konnten die nicht einfach rausschmeißen. Da ärgere ich mich heute noch über solche Situationen, dass du da ja dann gebunden bist, auch an solche Knalltüten. Und den ganzen Dungeon über hat er dann gemeckert und gezetert und dass wir ja überhaupt keine Ahnung hätten. Und ich sag mal, er lag völlig falsch. Ja, oder er hat sich auch nicht überzeugen lassen. Und dann macht er uns noch dumm an. Da frage ich mich wirklich, wie grenzenlos kann Dummheit und Inkompetenz manchmal sein? Zum einen eine Fähigkeit, derart falsch zu verstehen, dann auch noch darauf zu bauen und sich dann nicht mal korrigieren zu lassen, selbst wenn man argumentativ versucht, es ihm wie einem Kleinkind näher zu bringen. Ja, oder wie einem Kleiekuchen, sucht ihr euch aus. Ja, Hauptsache kein Kleinkindkuchen, da wird es dann ein bisschen krimineller. Also das war so eine seltsam bekloppte Erfahrung, dass ich bis heute nicht verarbeiten konnte, wie man auf die Idee kommt, den mit dem aktiven Schild fokussen zu wollen. Ja, und er ist dann natürlich in dem Fight auch gestorben, weil das war in dem Moment überhaupt nicht gegenheilbar. Ja, tyrannisch, Anfang BFA, alle blaues Guffelgier und er haut da irgendwie sich selber an dem Blitzschlagsschild kaputt und hat dann große Fresse. Also Leute, solche Knalltüten. Ich weiß nicht, ob ihr damals meinen, ist ja schon den ein oder anderen Monatär, meinen Paladin-Let's-Play-Part gesehen habt, mit dem Titel Der dümmste Kommentar ever oder so hieß das. Wenn nicht, seht ihn euch unbedingt an. Und ich könnte mir vorstellen, dass genau so eine Ölgötze, die das damals geschrieben hat, genau dieser Schamane auch war. Und das beruhigt mich wieder, wenn ich weiß, ach, diese Leute, die haben ganz andere Probleme. Und wenn die glauben, dass das Blitzschlagsschild so gespielt werden muss, dann sollen die das tun. Das ist, denke ich, ihr geringster Denkfehler. Und das beruhigt mich immer so ein bisschen. Das erdet mich dann und macht mich gleichermaßen auch wieder traurig. Denn die Leute dürfen ja trotzdem wählen gehen und Kinder großziehen. Und ich bring ihnen dann bei, dass sie immer auf den Spielplatz irgendwie auf die Sandform gehen sollten, die ein Blitzschlagsschild hat. Und zwakzerab, stehen dem Kind die Haare zu Berge. Leute, passt da auf. Lest die Bossfähigkeiten. Richtig. Es ist ganz gefährlich. Ja, dass ich diese schöne Geschichte zum Besten geben kann, das liegt natürlich daran, dass unsere Gruppe hier den Trash super sauber spielt. Kontinuierlicher Schaden ist natürlich am Start bei den Hexern. Wobei der AOE beim Destro immer so eine Sache ist. Ja, wenn natürlich alle drei Sekunden der Höllenbestie da reinkracht, ja. Und Initialschaden, wie dann auch so Feuerbrand-Aura-mäßig, eben allen so ein bisschen Schaden zufügt, wenn der Kataklysmus ready ist. Ja, wenn der Feuerregen reinkrachen kann, dann kann man da schon ein bisschen was machen. Aber spätestens beim Stichwort Feuerregen werden alle Hexer sagen, mh, naja, der sieht zwar schick aus, aber Schaden machen würde ich das jetzt nicht nennen. Ja, der Destro, also alle Destros, die ich kenne, die trauern immer so ein bisschen dem MOP-Hexenmeister hinterher von der Spielweise. Die sind auch nicht wirklich begeistert von den Shadowlands-Änderungen. Und wenn es zum Thema AOE kommt, dann weinen die alle und zwar wie ein großer Kirchenchor. Also da ist der Hexer wirklich nicht gut aufgestellt. Im Vergleich, ja, also jetzt wenn wir hier einen Demon Hunter mit ähnlichem Gear reinpacken oder einen Verstärker-Schamanen oder wie auch immer, dann geht das natürlich und dank der Essenzen kann man das ja auch überbrücken. Wenn dir dein AOE zu gering ist, dann nimmst du irgendwie den M-Plus-Laser mit, die fokussierende Iris, wo du regelmäßig so einen Beam nach vorne kanalysierst, Mega-Schaden verursachst und so weiter und so fort. Und es sollte vielleicht auch nicht jede Klasse komplett eskalativ im AOE, wie auch im Single-Target abgehen können. Aber wir sehen es ja an unseren Hexern, da ist nicht viel mit Chaos-Regen, sei ich schon, das wäre mal was, komm, lauter Chaos-Blitze von oben, Freunde. Da ist nicht viel mit Feuer, Regen und Co. Ja, hin und wieder mal 1, 2 so und ansonsten eben verbrennen und dann lieber die Chaos-Blitze und diese möglichst aufsplittend, ja, weil der Crit-Schaden von denen, das Potenzial von denen eben besser ist als dieser generelle AOE-Börse. Beziehe mich da zwar nur auf eure Aussagen, weil den Destro, den spiele ich vielleicht 1, 2 Mal im Jahr im PvP. Okay, aber diese Aussagen eurerseits haben sich so oft mittlerweile wiederholt in einem ähnlichen Ausmaß, dass ich einfach mal zu behaupten wage, das ist wirklich so ist, weswegen ich euch das in diesem Rahmen so mitteile, dass der Destro eben im AOE durchaus, ich sag mal, Luft nach oben hat, was Änderungen auch mit Hinblick auf kommende Addons und größere Patches angeht. Finde ich sehr, sehr schade, weil Hexa, wenn ich mich zurückerinnere, gerade auch in Legion, gerade auch der Dot-Lock zum Beispiel, ja, das ging mega ab. Gerade mit dem Artefakt dazu, die Saaten der Verderbnis, da konntest du, glaube ich, noch skillen oder hast dann in der Waffe verbessert, dass du nicht eine Saate der Verderbnis losgeschossen hast, sondern drei, dann konnten die sich so überlappen, dann haben die ja Initialschaden bei der Explosion gemacht. Wenn du die nächsten Saaten reingeschossen hast, sind die hochgegangen. Wenn die hochgehen, verteilen die auf allen Zielen noch Verderbnis. Und das war so ein riesiges Gewitter, ja, dann hattest du noch Chancen, irgendwie so Seelensplitter zu generieren über deinen Artefakt. Und das war so mega, da hat das so Spaß gemacht. Und beim Destro waren ja auch einige sehr kranke Mechaniken mit dabei. Und wenn ich dann heute immer höre, so, ah, die Hexer im AOE. Wir haben ja auch Hexer im Mainrail, unser guter Rocktool ist ja selber Hexenmeister, dass der weiß, wie das funktioniert. Das hat er uns im letzten PvP-Replay ja auch bewiesen. Aber das finde ich dann immer schade, ne, wenn man selber so vor gar nicht allzu langer Zeit damit mega Spaß hatte und dann hörst du jetzt so die Mails und die kotzen so ein bisschen. Das ist natürlich schade. Nichtsdestotrotz, ob die kotzen oder nicht, haben die trotzdem was auf dem Kasten. Ist ja nicht so, als brauchen sie ja 300 Stunden, um so ein Trashback zu beseitigen. Und guckt euch auch die ganzen Zahlen da vorne und dieses Klassentreffen der Hüllenbäschen an, Junge. Da sieht das aber ganz gut aus mit den Procs von den Visionen und Co. Da kommen sie gerade zurück, ne, hier die beiden Bodybuilder, Junge. Die Türsteher, da verschwinden sie auch gleich, wenn man sie mal erwähnt. So schnell kann es gehen. Ja, und auch die Ads hier im Bosskampf haben sie schnell genug down. getrommelt, dass selbst der Boss noch nicht mal wieder erschienen ist. Ja, also das ist natürlich ein Problem, über das wir sprechen, was vor allem im Vergleich zwischen den Klassen problematisch aufgefasst werden kann. Was jetzt aber nicht so immens ist, dass der Hexer unspielbar wäre oder so. Solche Eindrücke entstehen ja sehr, sehr schnell gegen diese, ja, schnellen, verweichlichten Bilder, möchte ich mich immer so ein bisschen zur Wehr setzen. Ja, weil dadurch so irgendwie der Eindruck entstehen könnte, dass jetzt eine Klasse völlig unspielbar ist. Ja, und dass man die Finger davon lassen sollte und dass der Speck keinen Schaden macht. Das ist natürlich Blödsinn, aber dennoch sollte man natürlich drüber sprechen, was sich gerade vielleicht schlecht anfühlt, ja. Was dann natürlich weder schön für die Klasse noch für den Spieler ist, was das auch für ein Licht dann auf die Klasse, naja, vom Blickfeld anderer Klassen zum Beispiel eben projiziert, ja, und was für ein Licht eben auf die dann geworfen wird. Wir wissen, wie schnell es auch heute geht, ne, da muss nur ein großer Streamer sich mal irgendwie verplappern, ja, und die falsche Ausdrucksform wählen, oder es muss irgendeine Statistik veröffentlicht werden, wo diese Klasse dann nicht so gut dasteht, ja, und zack, zerab, wirst du mit dieser Klasse, mit diesem Speck nicht mal mehr einen Plus-Dreier-Run mitgenommen oder so, weil ja im Internet steht, dass es so und so viel schlechter ist, ne. Und das ist eben sehr problematisch, und davon möchte ich mich sehr stark distanzieren von solchen Aussagen. Ähm, deswegen muss man immer aufpassen, in welche Verhältnisse man das natürlich setzt. Ja, und auch hier, wenn wir ins Schadensmeter schauen, dann sind unsere Hexer da sehr gut mit dabei, unsere Eule aktuell noch ein bisschen am Dominieren, aber die kann ja auch so schnell rumdorten, das ist ja Wahnsinn. Ganz wichtig bei diesem Schlangenknäuel, was hier gerade auch auf unseren Hexer kam, mit dieser Stun-Mechanik hinterher, das könnt ihr ganz einfach negieren, indem ihr diese Schlangen stunt. Also, das sind ja wirklich Schlangen, in diesem Sinne, dass ihr die anklicken könnt, ne. Also, es ist ja wirklich ein extra Mob, der da quasi spawnt, und unsere Kollegen hier entsprechen Stunt für die Dauer. Und wenn ihr diesen Cast einfach unterbrecht, jetzt hat das dreimal hintereinander bekommen, das habe ich ja schön herbeigequatscht, um Gottes willen, dann, das könnt ihr unterbrechen, so mit dem Ersticken vom DK, ja, Volksfähigkeit vom Tauchen, dieses Donnerstampfen und so weiter und so fort. Und dann müsst ihr das nicht aufwendig kaputt hauen, gerade bei Tyrannisch kann das natürlich eine Weile dauern. Ja, und wenn dann auch irgendwie euer Mate entsprechend gestunt ist in so einer Giftfütze oder in seinem Verderbnisauge oder was auch immer, dann zählt er wirklich jede Sekunde. Und wenn ihr dann Stun habt, ja, den Hammer vom Paladin oder was auch immer, dann hören diese Schlangen eben auf zu casten und ihr werdet sofort freigelassen. Das ist immer wieder etwas, was viele nicht ganz so wissen oder bisher vergessen oder einfach nie verinnerlicht haben, was ich aber immer sehr, sehr schön und wichtig finde, gerade da ja einige Klassen auch entsprechende Stun-Mechaniken auf Range haben und dann auch die Millis nicht hinten zum Heiler, zum Caster erstmal ewig rennen müssen. Ja, das sind ja alles Sekunden, alles Momente und vielleicht auch Bürstphasen, die man eben gerne sparen möchte oder die man eben, wie beim letzten Beispiel, ununterbrochen durchzimmern will. Diese Elektrofelder, liebe Leute, die wurden, glaube ich, auch immer mal wieder überarbeitet, oder? Die waren Anfang BFA, glaube ich, auch ein bisschen krasser und das ist der Grund neben dem Heiler-intensiven Endboss, warum wir nicht so oft Cessralis gehen, also hier in den Tempel, weil unsere Heiler immer sagen, ne, ich kann weder diese Blitzdings-Rätsel, noch kann ich irgendwie beim Endboss euch versprechen, das sind gute Heiler, ja, aber dann immer so, ah, ne, und da bin ich im Fokus und hin und her und deswegen gehen wir sehr, sehr selten Cessralis. Ja, dabei ist es so, wenn ich mich nicht irre, dass wenn ihr diese Obelisten-Mechanik nutzt, dass ihr dann ja in der Nialotha-Zwischenebene seid und dann müsstet ihr ja auch diese Blitzsphären eigentlich umgehen können, das heißt, wenn auch ihr jemanden in der Gruppe habt, der dann spontan zum Klagegeist mutiert, zur maulenden Mörde aller Schlangenmenschen, ja, wenn ihr eben den Tempel betretet, dann versucht die Obelisten so zu spielen, dass ihr diese Felder eben umgehen könnt und dann ist das Gemaule vielleicht nicht mehr ganz so groß. Unser Hexer hat auch nicht so viel Verderbnis, wir sehen das Auge, das hat eine sehr humane Größe, einen sehr humanen Radius, da kann man raussteppen, auch als Kars-intensive Klasse und bisher sieht das alles sehr, sehr locker aus, ja, sehr locker im Sinne von hier ein Kataklysmus, da kommen die Dots, da fallen ein paar Sterne, da ist die Hellenbässe, dann zackt es auch ab, nahezu instinktiv, ja, hier das Splitten des Chaosblitzes, der Wechsel dann zwischen den entsprechenden Fähigkeiten, dann wieder mal ein Verbrennen. Bei dem Verbrennen bin ich nach wie vor sehr traurig, dass das so schmächtig aussieht, ich glaube, das sage ich bei jedem Hexer-Kommentary, ja, aber ich weiß noch, früher war das so ein richtig wabernder Flammenteppich und da bin ich auch wieder bei den Hexern, ja, oder da bin ich bei mir, ich weiß gar nicht, ob die Hexermains das so empfinden, vielleicht sind die ganz happy über kleinere und unauffällige Effekte, aber ich weiß noch, früher, als es Verbrennen dann gab, das gab es ja auch nicht von Anfang an, ne, so lange ist meine aktivere Hexer-Zeit her und dann hat es so diesen wabernden Flammenteppich, der langsam auf das Ziel zukriecht und es dann von unten nach oben so erfasst und verbrennt und jetzt ist es irgendwie wie so ein Feuerfortz, wie man irgend so ein besoffenes Silvester-Video aus Polen schaut, wo Leute wieder diverse Feuerwerkskörper aufs, ich sage mal, fragwürdigen Körperöffnungen starten, ja, und dann kommt da so ein kleines, das sieht irgendwie so aus, ein kleiner Flammenfortz quasi und das finde ich irgendwie schade, keine Ahnung, ein schönes Verbrennen oder ich meine, es ist primär dazu da, um ja eure Seelensplitter, eure Ressourcen für den Chaosblitz aufzubauen, aber es könnte schon ein bisschen pompöser sein, ein bisschen Flammenteppichartig, war wirklich so ein Teppich, wie die fliegenden Teppichmauts, nur aus Flammen und dann sind die da drauf zugekrochen, ich meine, gut, auf der anderen Seite der Medaille haben wir immer schönere Feuerregen bekommen, nur benutzt sie kaum noch einer, blöd gelaufen, in dem Moment benutzen sie beide, danke, das läuft ja heute wieder mit der Absprache, das gibt's ja gar nicht, ich bin ja jahrelang, Freunde, in dem Fall minutenlang, nur beloren und bedroren worden, ich muss es euch sagen, wie es ist, ja, und auch die Dev-CDs sind ja geiler geworden, die Animationen, wenn wir Dämonen beschwören, die Dämonen an sich und Kataklysmus sieht geil aus und so weiter und so fort, aber man darf ja träumen, Freunde, ich hab ja angefangen, schon ein bisschen rumzumeckern, da können wir das ruhig jetzt auch noch die letzten Meter hier zu Ende bringen, ich find, der Hexer kann mal wieder ein bisschen mehr Liebe vertragen, ja, ich find das wirklich schon, ich mein, die Chaosblitze sind toll, aber so AOE, AOE-Chaosblitzregen, Leute, so, da seh ich uns, aber, da hat dann nicht mal mehr der DH und auch nicht der unheilig Todesritter nach irgendwas im AOE zu lachen, wenn das passieren sollte, ja, ich höre alle Hexer ihre Hände reiben in diesem Moment. Wir sind beim nächsten Boss und der kann auf Tyrannisch sehr ekelhaft sein, ganz beliebte Methode, den zu spielen, ist es ja auch, den hinter unseren Hexer quasi in die Ecke zu ziehen und somit zu verhindern, dass um ihn rum, quasi kreisförmig, ja, diese Pylonen hier spawnen können, bei denen man sich dazwischen stellen sollte, weil die natürlich den Boss aufladen, wenn das passiert, macht er eine Explosiv-Aura und die brauchen wir wirklich nicht, denn wir haben ja so auch schon, da sehen wir es wieder, unsere explosiven Orbs, sie immer wieder spawnen, da scheint sich unser Tank auch nebenbei drum zu kümmern, also wenn er das alles hinbekommt, als Todesritter natürlich super, kann er auch genau die Antimagische ziehen, im Zweifelsfall, was jetzt vom Timing her ein bisschen mystisch war, weil in dem Moment auch die Eule reingesteppt ist in den Strahl, um diesen zu absorbieren, da muss man auch aufpassen, im Zweifelsfall mit dem Heiler ein bisschen absprechen, der zieht jetzt da seine Bubble, um den Schaden von sich rauszunehmen und zwei soaken zu können, ganz starker Move da gerade von ihm, denn umso mehr man davon soakt, umso länger man drinsteht, klar, umso mehr Schaden erleidet man, da muss man immer ein bisschen abwägen, ne, was ist jetzt gerade am besten, der DK sagt da auch, Ken Soak und so weiter, kann also so viel aushalten, dass er die Hits vom tyrannischen Boss aushält, dass er sich nebenbei um die Orbs kümmert und noch diese Laser entsprechend auf sich lenken kann, also das ist eine ganz tolle Geschichte, wenn man das koordiniert bekommt, das ist keine Selbstverständlichkeit bei den Tanks, da kann man sehr gut davon ausgehen, dass er eben mit seinen CDs richtig haushalten kann und das richtig managt, wobei auch unsere Ideen hier einen super Job machen, da ist sich keiner zu schade, mal einen Meter mehr zu laufen, ja, dafür vielleicht einen Dot weniger durchzukriegen, nice Nummer, sehr, sehr schön gespielt, ja und der Vorteil ist eben, wenn man den in diese Ecke zieht, das ist wie beim zweiten Boss im Tiefenfuhl, dann beschränkt sich dieser Bosskampf eben auch das Areal und wenn er eben an der Wand steht, dann kann er hinter sich logischerweise keine Pylonen, keine Obelisken mehr spawnen und dann hat man nur diesen Halbkreis, den man quasi abdecken muss, ja, sehr, sehr schön gemacht, bisher auch bis auf den ersten Bosskampf, aber oh, 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 hier mit der Agro muss man aber auch aufpassen, liebe Leute, bis beim ersten Bosskampf, ähm, kann gar nicht mehr reden, bin ich so aufgeregt, was passiert hier, die Hand des Schutzes, ja, sehr gut reagiert von unserem Heiler, schön unseren Hexie gerettet, jetzt kriegt die Höllenbässe hier hinten ein bisschen aufs Maul, die Hand des Schutzes resettet natürlich Agro entsprechend und verhindert, dass körperlicher Schaden erlitten wird, Problem ist, sehen wir jetzt hier, wenn die eben aufgehört hat zu wirken und auch die ganzen Orbs, die natürlich bei den gekiterten Ezia spawnen, rein, wir haben aber auch gesehen, da muss unser Hexe jetzt doppelt und dreifach aufpassen, dass er keine Agro mehr zieht, denn anstachelnd wirkt natürlich auch hier in dieser Zwischenebene, dazu der Vier, dazu die entsprechenden Verderbnissachen, dazu die explosiven Orbs, aber scheinen sie doch im Griff gehabt zu haben, eins kommt hier noch gekrochen, in den Rückspiegel gucken anscheinend nicht so viele, sehr schön hier, sehen wir, ja, diese Blitzsfernen kann man jetzt eben ignorieren, das ist super, auch wenn der Vier uns immer wieder ein bisschen zurücktreibt, da kommt noch ein Explosiv-Obs, die scheinen sie gerade hinzunehmen, oh, 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 ja, wunderschön, da war die Feuersbrunze, wie vorhin angesprochen, nice, da ist sich eben keiner zu schade, dann sich doch nochmal umzudrehen, nochmal zu schauen und der Heiler muss ja auch aufpassen, gerade bei diesem lustigen Caster-Kollegen hier in diesem Portal, kriegt der Tank auch wirklich ordentlich Schellen, vielleicht nicht so hart wie bei dem roten Meili-Ad, aber auch der kann wirklich ordentlich zuhauen, also da ist es nicht mal so, dass man denken kann, ach ja, der Heiler hat ja eh nichts zu tun, wir kiten eben die Ads und die Orbs, ignorieren wir, wird dann gegengehalten, nee, das würde ich so nicht sagen, zumal der Heiler auch in Bewegung bleiben muss, wenn er am Tank eben kleben möchte, also da muss man doppelt und dreifach ein Auge drauf haben, ja, was ich eigentlich ursprünglich sagen wollte, bevor das Ganze so eskaliert ist, dass ich mich selber erstmal neu ordnen musste, liebe Leute, top, dass der Heiler da sich deutlich schneller ordnen konnte und mit der Hand des Schutzes reagierte, aber die explosiven Orbs, das war ja wie so ein Weckruf beim ersten Boss, ja, dass wir da gestorben sind, dass wir da nicht so drauf geachtet haben, das war gerade wie so ein kleiner Vietnam-Flashback von unserem Hexer, ne, hat sich umgedreht, denkt so, ach der Orb und dann so, ach nee, der Orb, nochmal umgedreht, zack, und weggehauen, sehr, sehr schön, finde ich toll und das sieht man irgendwie in Random-Gruppen viel zu selten, dass eine Mechanik verkackt wird, das kann passieren, das passiert den Besten, das passiert neun Spielern und so weiter und so fort, sind eben alles Menschen, aber dass dann einfach wirklich daraus gelernt wird, ja, und dass man dann versucht, auch für die Gruppe, sei es aus, naja, Peinlichkeit, die man gern vermeiden möchte oder einfach, um es besser zu machen, ja, und sein Soll zu erfüllen, um ein wertvolles Gruppenmitglied zu sein, sich dann mehr zu bemühen, mehr auf das zu achten und so weiter und so fort, das kriegt man irgendwie gar nicht mehr so mit, zumindest auch nicht aus den Storys, ja, ich selber besuche ja zum Glück sehr wenige Dungeons im Random-Bereich und da geht es eigentlich dann immer nur um Flame und wer war es denn jetzt genau, bloß nicht den Fehler bei sich selber suchen oder einfach einen Tipp geben oder motivieren, kommt Leute nochmal, das vermisse ich tatsächlich ein bisschen, deswegen meide ich auch Random-Gruppen, aber das ist natürlich schön, wenn man es hier ganz automatisch eben Kredenz bekommt und sieht ja, jetzt wird eben vorsichtiger auf die Orbs geschaut und jetzt wird auch wieder in die Hände gespuckt und hier unsere Hexer, wunderbar, beide den brennenden Ansturm dabei, die können jetzt das erste Auge auch reinbringen, Kugelwächter, treulose Rekruten im AOE-Bereich, kein Problem, unser DK wunderbar, nicht nur die Antimagische Hülle, sondern auch die Nullifikationsbarriere dabei, also Anti-Magic-technisch ist ja natürlich sehr gut aufgestellt, dann die Hexer-Tore mit dazu, da darf man jetzt nur nicht durcheinander kommen, welches zu wem gehört, das kann ich immer sehr gut, wenn mehrere Hexer-Portale da stehen, dann nehme ich das Portal, was mich wieder zurückbringt, wisst ihr, was ich meine, weil ich so verwirrt bin, wo jetzt welches mit welchem verbunden ist und so weiter und so fort, das kann ich oft sehr, sehr gut, weiß gar nicht, was hier jetzt gerade passiert ist, nein, 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 ist Ihnen das auch passiert? Nein, oder? Wieso ist die Kugel jetzt wieder so weit hinten? Was habe ich jetzt verpasst? Oh mein Gott, ich erzähle von meinen eigenen Fehltritten und die Gruppe derweil auch am eskalieren, aber ist ja kein Problem, macht man halt in hohe die Kugelwächter und die paar Sekunden, die hat man dann ja auch, bisher haben sie ganz gut, ja, reingehauen, auch zeittechnisch, ne, da sollten sich keine großen Gedanken machen eigentlich für den weiteren Weg. Unsere Hexer haben unterschiedliches Feuer, liebe Leute, es gibt einen Folianten, der wurde eingeführt, lasst mich lügen, mit Mitte, Ende, MOP, sehr schön auch oben links, jetzt die Debuff-Anzeige, so lange kann er die Kugel ja nicht aufnehmen und zwar kann der unter anderem Droppen von Rare Mobs auf der Insel des Donners, wenn ich mich nicht irre, also kam mit dem Thron des Donners und so weiter und so fort. Unser Hexer macht das hier ganz alleine, Jordan, jawohl, Junge, Michael Jordan, schön reingedankt in der letzten Sekunde. Letztens wieder viele Chicago Bulls best-offs geschaut, ja, da bin ich Sportsfan, Freunde, bei Michael Jordan, wenn der spielt, da bin ich auch echt dabei, ansonsten, wisst ihr, da könnt ihr mich damit jagen, deswegen hat er es gerade auch so ein bisschen reingekickt und da gibt es einen Folianten, eben der Droppenkant, der da eingeführt wurde und der hieß, lasst mich lügen, versiegelter Foliant der brennenden Legion, kann das sein, den könnt ihr auch im Auktionshaus kaufen, also wer daran interessiert ist, der startet eine sehr schöne und damals zumindest sehr schwere und sehr aufwendige Klassen-Quest-Reihe für den Hexenmeister, verbunden mit einem Solo-Szenario, was einen sogar in den Schwarzen Tempel führt, wo man wirklich mit allen Fähigkeiten irgendwie haushalten muss, ja, und Dämonen verbannt und versklavt und Auge von Kilrock und so Fähigkeiten, von denen nicht-Hexa-Spieler vielleicht noch nie gehört haben, ja, und wenn ihr da Bock drauf habt, dann schaut euch das mal an, ja, schaut bei WowHit rein, wo das überall Droppenkarten, sucht irgendwelche Guides, die habe ich jetzt spontan nicht am Start oder schaut mal ins Aha, muss man ja sicherlich nur eingeben, versiegelter Foliant oder so, billig wird es höchstwahrscheinlich nicht, aber wenn ihr auf dem besten Weg zum Hexer-Man seid oder dieses grüne Feuer, bei all euren Fähigkeiten, auch beim beschworenen Reittier übrigens, wenn ihr das euer eigenen nennen wollt, dann checkt das auf jeden Fall mal aus, ich finde es besonders cool, ist das, wenn man mehrere Hexer mit eben unterschiedlichem Feuer hat, ne, dann ist das so ein richtiges, schönes Farbenspiel, da gerade der grüne und der rote Feuerregen, das hat schon Stil, muss ich sagen, das hat wirklich Stil, da gehen wieder einige Orbs hoch, das lässt sich bei dieser Masse an Ätzen natürlich nicht vermeiden, wenn man erstmal erpicht versucht oder darauf erpicht ist, diesen Mob hier irgendwie weiterzuziehen, wir wissen, diese räudige Spinne, die castet ständig, die unterbrichst du, freust dich, hey, jetzt kommt sie mal einen Schritt dir am Arsch, castet sie was anderes, ja, also dann sollte man schnellstmöglich versuchen, die irgendwie out of sight zu ziehen, versuchen irgendwie die Skarabänen vor allem an sich selbst und die Gruppe zu binden oder eben eine Kickrota festlegen, damit man halbwegs das Vieh gezogen bekommt, sie haben das ja doch sehr gut hinbekommen, einer ist abgenippelt, wenn ich es richtig sehe, jawollo, das waren vielleicht doch ein bisschen viele Ätzen, ein bisschen viele Orbs da gerade an der Stelle, aber dass sie da echt nur mit einem Tod rausgegangen sind, das ist eigentlich schon, ich sag mal, ein positives Ergebnis, oh, 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 jetzt müssen wir aufpassen, dass der Hexer jetzt kein super Kickmaster ist, das ist klar, bei den Kickers wird er nicht mehr mitspielen, oh, und jetzt unser Heiler hat ihn trotzdem noch im Auge, kann ihn da toppen, sehr schön, hat jetzt überlegt, das war auch wieder so eine Situation, lohnte sich jetzt das Tod zu stellen, er hatte aber in dem Moment auch den D-Buff von der Spinne bekommen, Fluch der Sprachen, Zauberzeiten erhöht, da das dann immer wieder versucht, kam dann aber zu dem Schluss, naja, bis das Ding jetzt durchgecastet ist, da bin ich diesen Meter auch gelaufen, ist manchmal eben gar nicht so einfach und wenn man eben eine Gruppe hat, die nicht wirklich kickintensiv ist, weil vor allem viele Caster dabei sind und wenige Millis, dann muss man eben schauen, wie man das am besten eben hinbekommt und das haben sie hier, ja, mit kleineren Abzügen relativ sauber meistern können, jetzt steht gleich noch der tyrannische Endboss an, sie haben, glaube ich, auch alle Ads gemacht, das heißt, sie dürfen jetzt keine mehr im Endboss-Fighter zu bekommen, die alten Götterdiener betreffen, sie haben hier jetzt noch ein bisschen Trash, ob der reicht, wage ich zu bezweifeln, aber wie so oft wird es ja gespielt, dass man in der letzten Phase von diesem Endboss hier ja die Kräfte des Avatars bekommt, der ist ja dann vollgeheilt, der hilft uns, der bufft uns, ne, und dann pullt man ja gerne nochmal so ein paar Trash-Mobs hier von vorne, von vor diesem Bossraum dazu, die sie jetzt übersprungen haben und macht dann so die letzten Prozente, denn dieser Buff vom Avatar in der letzten Phase, der hält eben so lange, wie man Infight ist, das heißt, man kann das auch super abpassen, ne, bekämpft irgendwie die letzten Verhexer, die letzte Schamanin oder den letzten Frosch oder was da gerade noch rumhüpft und pullt dann, kurz bevor der Abschluss des Bosskampfes kommt, eben einfach diese Mobs entsprechend dazu. Ob sie das so machen oder nicht, das bleibt noch abzuwarten, unser Hexer zumindest hat gerade so ein bisschen fragwürdig schon mal in den Gang geschielt, aber vielleicht, um auch nur zu schauen, ob die überhaupt da sind, nicht, dass sich drauf verlässt, auf die letzten Prozente, wird sie so machen und zack, die Mobs sind im Homeoffice heute. Das wäre natürlich blöd gelaufen und es werden auch wirklich sehr, sehr wenige Prozente, also bis hierhin sauber gespielt und ich denke, innerhalb von dick über sieben Minuten soll da auch der Endboss hier kein Problem sein. Unser Heiler macht einen super Job, muss man einfach nochmal so ansprechen, ja vieles, was da jetzt schadenstechnisch auch mit Toten zu tun hatte oder mit Nahtoderfahrungen, das war auch überwiegend eigenes Verschulden, ja da wurde eben einfach nicht auf die Orbs gegangen oder es war einfach zu viel, ja wenn der Tank versucht zu kiten und er zieht eben DD Agro und ist dann aufgrund von weißig nicht anstachelnd Orbs und Co. überschneidenderweise einfach Binsekunden Fischfutter, dann kann der Heiler da auch nichts mehr machen, ne Hand des Schutzes hat auch hin und wieder Cooldown, also da muss sich jeder auch so ein bisschen selbst ankreiden und ich denke, das tun sie ja auch entsprechend, kann ja auch jedem mal passieren, ist ja gar nicht weiter schlimm. In diesem Bosskampf, gerade auf Tyrannisch ist es wichtig, so einen kleinen, ich sag mal, Drahtseil Balanceakt hinzubekommen, na denn zum einen muss man natürlich die Verhexer schnell down bekommen, zum anderen muss man aufpassen, wenn die Schamanen und Co. unterwegs sind, dass man auch diese an den Tank gebunden kriegt und die auch entsprechend unterbricht mit den Kettenblitzschlägen und Co. zum anderen gibt es hier aber auch den Herzwächter und auch das ist eine Addform, die wir bereits vor dem Endboss hier kennenlernen, es sei denn, wir überspringen die alle und der stackt in regelmäßigen Abständen einen fiesen Debuff auf dem Tank, der ich glaube, in großen, prozentualen und eben stackbaren Schritten sein Leben verringert und das ist natürlich super unangenehm, egal bei welchem Tank. Ja, die Kröten kann man ja auch entsprechend schnell down bringen oder man läuft eben rein, ja, verhindert, dass der Heiler oder der Tank zu viele Stacks von denen abbekommen, die hinterlassen eben so einen schönen Seuchendebuff. Hier gibt es auch einen wichtigen, wichtigen sei schon, dass er nicht so, aber einen witzigen Erfolg, wenn er mal Zeit und Muße dafür hat, man muss mit einem Kuss-Makro slash Kuss, ja, eben diese Frösche durchknutschen und dann ist irgendwann die Chance da, dass der Prinz dabei rauskommt. Dieser ist dann ein etwas beschworen wird, der wirbelt dann die ganze Zeit hier in diesem Boss-Areal umher und wenn ihr dann eben den Boss umklatscht, dann habt ihr den Erfolg. War eine sehr, sehr seltsame Geschichte, zumal wir nicht genau wussten, was da auf uns zukommt. Ja, dann haben wir diese Phase hier nahezu endlos weiterlaufen lassen, bis wir genug Frösche hatten, haben die durchgeknutscht und dann war er auch irgendwann dabei und hat uns den Bosskampf auch noch erschwert, obwohl wir ihn doch befreit haben. Ja, manchmal sollten Prinzen vermutlich einfach dicke, hässliche Kröten bleiben, wie wir Leute, oder? Wir wissen, wie sich das anfühlt. Der Vorteil der WoW-Gamer. Ja, auch hier wunderschön zusammengezogen, die Orbs. Na, Leute, die... Oh, ja, okay, wunderbar. Die Kettenblitze kommen natürlich hin und wieder durch, also Kick-Intensivität. Oh, das hat unsere Gruppe hier nicht. Unsere Hexe, das ist so ein Problem. Man will da natürlich durchgasen, man will da natürlich auch der Gruppe helfen, so das Ed kann ich nicht unterbrechen, dann löte ich es eben schnell weg. Aber wenn man dann in Blitzen und Co. stehen bleibt und dann noch so ein Stack von den Kröten hier absahnt, dann kann das natürlich sehr schnell sehr unangenehm werden. Und da kommen dann diese ganzen Negativ-Effekte, jetzt hier das Verderbnisauge noch dazu. Das summiert sich natürlich gerade in so einem tyrannischen Bosskampf sehr schnell und sehr, sehr ungünstig auch auf, aber auch in diesem Rahmen nicht so, dass es wirklich problematisch wäre. Unser Paladin hier wunderbar mit den Flügelchen, ja, Hand auflegen habe ich auch noch nicht sehen müssen. Hand des Schutzes war, glaube ich, auch noch nicht raus. Also der ist auf jeden Fall am Start. Wenn wir uns unten die gewirkte Heilung mal ansehen, dann ist unser Blutika gut dabei. Ja, aber der Heal-Pally, der ist da einfach uneinholbar und eskaliert hier eben auch zugunsten unserer Gruppe. Hat aber auch genug zu tun. Ja, allein was so ein tyrannischer Kettenblitzschlag hier eben abziehen kann, das ist schon sehr, sehr unangenehm. Also mich juckt es da immer in den Fingern. Ich wünschte, ich könnte da kicken. Unsere Hexer bestimmt auch, aber ist eben nicht drin. Jetzt der Pally mit der Bubble. Wunderbar, nimmt da die ganzen Kröten auf sich, damit er in Ruhe jetzt durchheilen kann. Unser Hexer aktiviert die Kugel. Sollte man spätestens jetzt auch machen, denn dieser Lebenskraft-Buff, der dadurch ausgelöst wird, der hat dann die Chance, bei erhaltenen Heilungseffekten nochmal entsprechend mitzuheilen. Also der verstärkt einfach diese Heilung auf den Avatar, verkürzt diesen Prozess. Und das ist natürlich super, um den Heiler zu supporten, damit er ein bisschen Mana sparen kann. Wenn wir dann Kollegen wie den Dudu dabei haben, haben wir auch gesehen, der hat die Zeit auch genutzt, ein bisschen seinen Mana verringert und entsprechend eben den Boss mitgeheilt. Also sowas sollte man dann auch entsprechend benutzen. Und jetzt mit dem verstärkten Avatar können sie hier problemlos durchzimmern. Ich hoffe nur, sie vergessen die letzten Add-Prozente da nicht, weil mit diesem Buff, guckt euch das an, was da nochmal für schöne Schellen kommen, wie schnell jetzt der Herzwächter sich da wirklich verabschiedet hat. Und ich finde die Kombi auch immer schön von unserem Lock hier wirklich, ja, was da teilweise zeitgleich für fette Schadensschellen wirklich reingezimmert werden. Jawohl, da pullen sie die Adds dazu. Wunderbare Geschichte. Wenn er zum Beispiel den eintreffenden Chaosblitz oder den Feuerbrand, ja mit so einem Chaos, mit so einem weiteren Chaosblitz, sehr schön wäre es ja, mit einer Feuersbrunst dann eben kombiniert, ne, und zack, guckt euch das an, wie schnell das jetzt ging hier in der letzten Phase. Ja, der Vater fortz, die Kinder lachen, so kann man billig Freude machen oder eben auch wunderbar hier die letzte Phase runterspielen, wenn die Schlangen das gewusst hätten, oder? Dass ihnen eine Schlange zum Verhängnis wird. Oh, 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 oh. Das wäre eine schlängelhafte Gewissheit gewesen, liebe Leute. Das hier war auf jeden Fall ein schöner Run. Ich bedanke mich fürs Zusehen, bedanke mich fürs Zuschicken und hoffe, euch hat's wieder gefallen und ihr konntet im Idealfall was lernen. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Shows.